Es geschah am 13. Januar 2018 in Taxco, Guerrero, Mexiko. Magdalena Aguilar Romero, damals 28 Jahre alt, traf sich mit ihrem Ex-Mann Cesar Gomez Asiniega, um ihre Kinder abzuholen und anschließend ihre Mutter in der Kirche zu besuchen. Ihre Mutter rief sie gegen 17.30 Uhr desselben Tages an. Danach hörte sie nie wieder etwas von ihrer Tochter. Was später gefunden wurde, lähmte alle, auch die Polizei. So etwas sieht man selten. Es zeigt, wozu ein Mensch fähig ist, um seine eigenen Interessen durchzusetzen und dabei die Bindungen zu anderen Menschen, selbst zu denen, mit denen er Kinder hat, beiseite zu schieben. Magdalena und Cesar lernten sich im Jahr 2011 kennen. Zu Beginn ihrer Beziehung herrschten Liebe und Respekt, und sie glaubten, sie seien füreinander bestimmt. Sechs Monate später wurde Magdalena zum ersten Mal von Cesar schwanger. Sie beschlossen, zusammenzuziehen, und in dieser Zeit zeigte Cesar sein wahres Gesicht. Seine Bekannten wussten, dass er sexistisch war, die Kontrolle liebte und als sehr eifersüchtig bekannt war. Das Paar begann, Konflikte zu haben. Magdalena wollte ihr Studium als Ernährungsberaterin fortsetzen. Cesar wiederum war dagegen, da sie dafür umziehen müsste. Außerdem wollte er nicht, dass sie arbeitet und sich ganz den Kindern und dem Haus widmet. Allmählich machten sich ihre Probleme immer mehr bemerkbar. Cesar kontrollierte ihre Beziehung immer stärker und schlug seine Partnerin manchmal sogar. Später wurde von häuslicher Gewalt berichtet. Magdalena veränderte sich stark. Ihre Eltern bemerkten, dass sie nachlässig aussah und zu blass wurde, was ihnen sehr seltsam vorkam. Um ihrem Partner zu gefallen, hörte sie auf, sich um sich selbst zu kümmern, denn die Eifersucht ließ ihnen in unkontrollierbare Wut geraten. Die körperlichen Misshandlungen nahmen ein solches Ausmaß an, dass eines Tages eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet wurde. Der Anzeige wurde jedoch keine große Bedeutung beigemessen und die Beziehung ging weiter wie bisher. Nach einiger Zeit wurde Magdalena erneut schwanger. Diesmal war es ein Mädchen, das zum Zeitpunkt der Tat bereits vier Jahre alt war und der Sohn war sechs Jahre alt. Nachdem sie darüber nachgedacht hatte, ob dies das Leben war, das sie wollte, verließ Magdalena im August 2014 mit Unterstützung ihrer Familie das Haus mit ihren Kindern und zog zu ihren Eltern, da sie die körperlichen und psychischen Misshandlungen leid war. Cesar kam mehrmals in das Haus seiner Schwiegermutter und seines Schwiegervaters und versuchte, alles in Ordnung zu bringen, aber sie war nicht bereit, zu ihm zurückzukehren. Ihre Träume und Ziele waren ganz anders als die ihres früheren Partners. 2017 schloss sie ihre Ausbildung zur Ernährungsberaterin ab und bekam nach einiger Zeit eine Stelle im Gesundheitszentrum von Taxco, Guerrero. Gleichzeitig gab sie private Beratungsgespräche. Trotz aller Probleme behinderte Magdalena nicht die Treffen von Cesar mit den Kindern. Sie einigten sich auf die Tage, die sie gemeinsam verbrachten, und das war so, bis das Verbrechen begangen wurde. Es geschah folgendermaßen. Am 13. Januar 2018 verließ Magdalena das Haus und ging in das Gesundheitszentrum, um eine Beratung zu erhalten. Cesar sollte am selben Tag ihre Kinder zu ihr bringen, die zwei Tage mit ihm verbrachten. Sie vereinbarten, sich um ein Uhr auf dem Stadtplatz zu treffen. Magdalena wartete einige Zeit auf ihn, aber er kam nicht. Daraufhin rief er an und verschob das Treffen auf zwei Uhr nachmittags, aber auch hier erschien er nicht. Später vereinbarten sie ein Treffen um fünf Uhr abends, aber auch hier erschien er nicht. Magdalena beschloss daraufhin, zu seinem Haus im Stadtteil Godeloupe zu fahren. Um 17.30 Uhr meldete sich Magdalenas Mutter bei ihrer Tochter, die sagte, sie sei zu Cäsars Haus gekommen, um die Kinder abzuholen, und dass sie in der Kirche auf sie warten würde. Es vergingen Stunden, aber sie tauchte nicht auf. Die Mutter schickte zweimal Nachrichten, aber sie erhielt keine Antwort. Als die Messe zu Ende war, schrieb sie Magdalena erneut eine SMS, um herauszufinden, was passiert war. Sie erhielt keine Antwort. Zuerst dachte sie, ihre Tochter sei zu Cäsar zurückgekehrt und wurde sehr wütend. Magdalenas Mutter ging zum Haus von Cäsar und war sehr überrascht, sie dort nicht anzutreffen. Die Nacht schien gut zu verlaufen, aber am nächsten Tag beschloss sie, ihre Tochter erneut im Haus ihres Ex-Partners zu suchen. Dort wurde sie von Silvia Asinjäger, der Mutter von Cäsar, empfangen. Sie sagte, dass Magdalena gekommen sei und nur wenig Zeit im Haus verbracht habe. Daraufhin kam Cäsar heraus und bestätigte, dass Magdalena um 18 Uhr gegangen war, ohne die Kinder abzuholen. Aber etwas fiel ihr auf. Der Mann hatte Kratzer im Gesicht. Es wurde klar, dass Magdalena etwas zugestoßen war. Ihre Verwandten und Bekannten begannen, nach ihr zu suchen, aber die an sie gerichteten Anrufe landeten direkt auf dem Anrufbeantworter. Dann beschloss man, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, aber die Polizei kümmerte sich nicht richtig darum. Freunde von Magdalena beschlossen, die Hilfe sozialer Netzwerke in Anspruch zu nehmen und baten darum, alle Informationen über ihren Verbleib zu melden. Einige Tage später sagten Cäsars Nachbarn, sie hätten sie zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr zum Haus kommen sehen, aber niemand habe sie gehen sehen. Dies alarmierte sofort alle. Magdalenas Eltern gingen erneut zur Polizei und baten sie, das Haus zu durchsuchen. Sie befürchteten, dass Magdalena sich dort aufhielt und ihrer Freiheit beraubt war, da die Nachbarn sie zwar hineingehen, aber nicht weggehen gesehen hatten. Neun Tage nach der Vermisstenanzeige wurde sie gefunden, aber keineswegs so, wie alle gehofft hatten. Es war am 22. Januar 2018, um 11.15 Uhr. Die Suche nach der 28-jährigen Magdalena Aguilar war im Gange. Die Polizei befand sich in einem kleinen Etablissement von Cäsar namens Batan Eru, wo er und seine Mutter Pozzole verkauften. Der Raum war etwa drei Meter breit, mit Tischen und Stühlen darin und einem großen Topf auf dem Grill. Als die Polizisten ihn öffneten, waren sie entsetzt. Der Topf enthielt die Gliedmaßen einer Leiche. Es waren sowohl obere als auch untere Gliedmaßen, die bereits in roter Soße gekocht waren. Bei der Inspektion des Zimmers wurde eine schwarze Plastiktüte auf dem Boden gefunden, in der sich das Becken einer Frau befand, ebenfalls bereits gekocht. Der Rest der Leiche wurde halbgefroren im Kühlschrank gefunden. Es handelte sich offenbar um die vermisste Magdalena Aguilar. Polizisten umstellten das Haus, riefen Beamte der regionalen Staatsanwaltschaft an und informierten sofort Magdalenas Mutter, dass sie ihre Tochter im Haus von Cäsar gefunden hätten, allerdings in einem Topf. Einige Stunden später wurden Teile ihrer Leiche zu Gerichtsmedizinern gebracht und die Mutter bestätigte, dass die Überreste zu ihrer Tochter gehörten. Das Haus der Familie Arsenjäger war leer. Um 19 Uhr wurde Silvia Arsenjäger festgenommen, aber ihr Sohn war nirgends zu finden. Sie erklärte, sie wisse nichts und habe keine Ahnung, wo ihr Sohn sei. Die Behörden handelten schnell genug, aber der Mann verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Nachbarn bestätigten, dass sie Magdalena an diesem Abend mit Cäsar gesehen hatten, aber nicht, wie sie ging. Sie hatten sie schon an anderen Tagen kommen und gehen sehen. Ihre Mutter fügte hinzu, sie habe Cäsar am nächsten Tag mit Kratzern im Gesicht gesehen. Es waren jedoch die Aussagen der Kinder, die die Polizei am meisten beeindruckt haben. Trotz ihres jungen Alters sagte der älteste Sohn, dass die Eltern anfingen zu streiten, die Mutter auf den Boden fiel und der Vater sie am Hals packte. Danach wachte sie nicht mehr auf und die Großmutter sperrte sie in ihr Zimmer. Spezialisten für Forensik, Chemie und Genetik waren an dem Fall beteiligt. Die Autopsie ergab, dass die Todesursache Strangulierung war. Obwohl alles gründlich gesäubert wurde, ergab ein Luminoltest, dass das Verbrechen im Haus der Familie Arsenjega stattfand. Am 6. Dezember 2019 wurde Silvia Arsenjega, die Mutter des Mörders, wegen Mittäterschaft am Mord an Magdalena Aguilar zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Es wurde bewiesen, dass sie die ganze Zeit über wusste, was geschehen war, aber nichts unternahm, um ihren Sohn aufzuhalten. Außerdem war sie selbst an der Zirkkelung der Leiche beteiligt. Um die Leiche vollständig loszuwerden, beschlossen sie, sie zu kochen und dieses Gebräu dann dem Hund zu geben. Cesar Gomez ist weiterhin auf der Flucht vor den Behörden. Niemand weiß, wo er sich aufhält, und es gibt keine Hinweise, die zur Ergreifung des Mörders führen könnten. Dieser schreckliche Fall hat zum Tod einer jungen Frau geführt, die davon träumte, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, die nun in der Obhut ihrer Großeltern mütterlicherseits sind, nachdem sie beide Eltern verloren haben. Zurzeit ist eine Belohnung von 500.000 Pesos für jeden ausgesetzt, der glaubwürdige Informationen liefert, die zur Ergreifung von Cesar Gomez-Assiniega beitragen. Senat Rafiq wurde 1998 in Lahore, der Hauptstadt von Ostpakistan, geboren. Ihre Mutter, Parveen Bibi, wurde verwitwet, als sie noch eine relativ junge Frau war, und heiratete gemäß den Geboten der lokalen Kultur nie wieder. Parveen war eine pflichtbewusste Person, die in der Lage war, die strengen örtlichen Vorschriften und Traditionen bis in die kleinsten Nuancen zu befolgen. Es schien ihr selbstverständlich, dass ihre eigene Tochter diese Traditionen bedingungslos befolgte. Senat war die jüngste von Parveens Töchtern. Seltsamerweise heirateten die beiden ältesten Töchter Männer ihrer Wahl und entzogen sich so den arrangierten Ehen, die in diesem Land immer noch in Ehren gehalten werden. Solche Handlungen der älteren Töchter brachten Parveen viel Ärger ein. Der Ruf der Familie war dadurch in Frage gestellt. Die Frau nahm sich vor, gegenüber ihrer einzigen unverheirateten Tochter nicht mehr so tolerant zu sein. Natürlich hatte sich Senat nur ausgemalt, was ihr bevorstand, weil sie in Pakistan als Frau geboren worden war. Senat hatte immer ein konfliktfreies Wesen gehabt. Als Kind verbrachte sie ihre Freizeit damit, mit anderen Mädchen aus ihrer Straße zu spielen. Im Jahr 2010, als sie zwölf Jahre alt war, lernte sie in der Schule einen Jungen namens Hassan Khan kennen. Er war vierzehn Jahre alt und wohnte nur zwei Blocks von der bescheidenen Wohnung von Senats Familie entfernt. Die Teenager verstanden sich auf Anhieb und wurden unzertrennlich. Sie lernten zusammen und wurden schnell zu Spielkameraden. Doch die Kinder wuchsen heran und vertieften ihre Freundschaft, die sich schließlich zu einer romantischen Beziehung entwickelte. Senat liebte Musik und Poesie, und die Gefühle, die sie für Hassan hegte, inspirierten sie dazu, mehrere Gedichte zu schreiben. Wie die meisten jungen Frauen machte sie gerne Selfies und drehte oft Videos für ihren jungen Mann mit lustiger Musik im Hintergrund. Senats Faszination für moderne Geräte berührte nicht ihre religiösen Überzeugungen und hinderte sie keineswegs daran, die sozialen Normen zu befolgen, die ihr die lokale Kultur vorgab. Senat verbrachte ihre Freizeit damit, den Kindern der Nachbarschaft den Koran, das heilige Buch des Islam, vorzulesen. Bekannten zufolge konnte sie den gesamten Text auswendig rezitieren, so sehr war sie ihrer Religion zugetan. Doch ihre Gefühle für Hassan ließen sie den Brauch der Scheinehen in Frage stellen. Das Thema wurde zu einem großen Problem für die Teenagerin, das monatelang mit ansehen musste, wie sich ihre Mutter bei Verwandten und Nachbarn über die Heirat ihrer beiden älteren Schwestern beschwerte. Sie verstand, dass dies die letzte Hoffnung ihrer Mutter war, die Ehre der Familie zu retten. Eines Tages verlangte ihre Mutter, dass Senat einen Punjabi heiratet, einen Angehörigen ihrer eigenen sozialen Kaste, der angeblich vom indischen Subkontinent stammte. Senat war damit nicht einverstanden und ging weiterhin mit Hassan aus. Paar Wehen, die es vorzog, die Beziehung zwischen Hassan und ihrer Tochter für eine gewöhnliche Freundschaft zu halten, erfuhr schließlich, dass es sich um mehr als das handelte, und war entsetzt. Sie wünschte sich einen anderen Ehemann für ihre Tochter. In Gesprächen mit ihrer Tochter versuchte Paar Wehen, sie davon zu überzeugen, dass Hassan nicht zu ihr passen würde, weil er keine anständige Arbeit habe. Damals arbeitete er als Teilzeit-Motorradmechaniker und war außerdem paschthunischer Herkunft, also einer völlig anderen Kaste angehörig. Es war klar, dass Paar Wehen Senat nicht erlauben würde, Hassan zu heiraten, und mit der Zeit wurden aus den moralisierenden Gesprächen Skandale, und diese wiederum führten zu Schlägen durch Senats Mutter. Eines Tages schlug sie ihre Tochter hart, um sie zu zwingen, Hassan zu verlassen. Nach Angaben des jungen Mannes rief Paar Wehen ihn einmal an, um sie und Senat zu trennen, und kam dann persönlich zu ihm, um dasselbe zu tun. Nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre älteren Brüder hielten ihre Hände über die jüngere Schwester, um sie davon abzuhalten, sich mit ihrer Mutter anzulegen. Die Situation erreichte 2016 einen Höhepunkt, als Senat plötzlich mit blutverschmiertem Gesicht vor der Tür von Hassans Haus auftauchte. Ihre Mutter, Paar Wehen, hatte sie schwer geschlagen und zwei Tage zuvor hatte sie unter den Händen ihres älteren Bruders gelitten. Einer der Schläge, die er ihr verpasst hatte, führte dazu, dass Senat im Krankenhaus lag, wo die Ärzte die Wunde nähen mussten. Damals beschloss Hassan schließlich, dass es für die beiden die beste Lösung wäre, sofort zu heiraten. Senat war 18 und Hassan war 20. Die jungen Leute reisten heimlich zum Standesamt, um sich erst zu verloben und dann zu heiraten. Nach der Hochzeit zog Senat in das Haus ihres Mannes und beendete damit das Hin und Her ihrer Mutter. Wie erwartet wurde Paar Wehen, eine Frau mit konservativen Ansichten, wütend. In ihren Augen, wie auch in den Augen vieler ihrer Nachbarn, hatte Senat der Ehre ihrer Familie einen weiteren Schlag versetzt. Zwei Tage nach der Hochzeit tauchte Paar Wehen mit ihrer Nichte und einer weiteren Verwandten in Hassans Haus auf. Alle drei flehten Senat an, für acht Tage nach Hause zurückzukehren, wie es die pakistanischen Gesellschaftsnormen vorschreiben. Ihr wurde versprochen, dass die Verwandten in dieser Zeit eine richtige Hochzeit für sie und Hassan organisieren würden. Paar Wehen und ihre Gefährtinnen versuchten, darauf zu bestehen, dass allein diese Entscheidung die Ehre der Familie retten und allen zeigen würde, dass Senat ihr Zuhause verlässt, wie es sich gehört, und sich nicht heimlich zum Haus des Bräutigams schleicht, um dort ohne das Wissen der Mutter zu heiraten. Trotz aller Bitten hatte Senat Angst, nach Hause zurückzukehren. Sie wusste, dass nach alten Traditionen Frauen, die sich nicht an die Familienregeln hielten, in der Regel hart bestraft wurden. In manchen Fällen endeten solche Strafen mit dem Tod der Schuldigen. Senat vertraute Hassan an, dass sie um ihr Leben fürchtete. Auch Hassans Mutter und Senats Schwiegermutter, Shakira Khan, zögerte ihre Schwiegertochter nach Hause, zu ihrer Mutter gehen zu lassen. Sie hatte große Angst, dass sie sie widerschlagen oder ihr sogar das Leben nehmen würde. Doch dann kam Senats Onkel in das Haus der Familie Khan, um mit der Mutter des Bräutigams zu sprechen und ihr zu versichern, dass alles in Ordnung sein würde. Außerdem bot er sich selbst als Bürge für ihre Sicherheit an. Nach reiflicher Überlegung und mehreren Gesprächen mit Senats Verwandten stimmte Hassans Familie zu, dass sie für die vorgesehenen acht Tage in das Haus ihrer Mutter gebracht wurde, wonach die Frischvermählten eine angemessene Hochzeit feiern sollten. Leider wussten weder Hassan noch seine Familie, dass diese Abreise ihr Schicksal für immer verändern und zu Ereignissen führen würde, die den Tod von Senat zur Folge haben würden. Der Vorfall schockierte die gesamte Gemeinschaft. Die Debatte über die Morde, die im Land im Namen der Familienehre verübt wurden, war wieder auf der Tagesordnung. Zurück im Haus ihrer Mutter unterhielt sich Senat weiterhin täglich mit Hassan. In den ersten Tagen schien alles gut zu laufen und ihre Familie sich endlich mit ihrer Heirat abgefunden zu haben. Doch am Ende des vierten Tages änderte sich alles radikal. Die Atmosphäre im Haus wurde feindselig. Paven begann zu schreien und ihre Tochter zu bedrohen. Senat gestand Hassan, dass sie große Angst habe und ihn anflehte zu kommen und sie von dort wegzubringen. Hassan versuchte, seine Geliebte zu beruhigen und bat sie es, noch ein paar Tage mit ihr auszuhalten, damit sie endlich zusammen sein könnten. Dann hörte er ihre Stimme zum letzten Mal. Am nächsten Tag begann die wahre Hölle im Haus von Paven Bibe. Das alles geschah am 8. Juni 2016. Zunächst unterschied sich dieser Tag nicht von dem üblichen Alltag in dem belebten Viertel. Nichts in der Umgebung deutete auf die schrecklichen Ereignisse hin, die sich bald ereignen würden. Doch plötzlich durchbrachen Pavehens Schreie die Gelassenheit des sonnigen Morgens. Es geschah, als sich einer ihrer Söhne namens Anis auf Zenath stürzte. Sie verprügelten Zenath und fesselten sie an eine alte Pritsche, die auf dem Dachboden ihres Hauses stand. Zenath versuchte alles, um sich zu befreien und um Hilfe zu bitten, aber niemand hörte sie. Schließlich betäubte ihre Mutter sie mit einem Schlag und führte zusammen mit ihrem Sohn eine Art Ritual durch. Paven übergoss ihre Tochter mit Petroleum und zündete die Koje an, an die sie gefesselt war, sodass Zenath bewegungsunfähig wurde und schließlich verbrannte. Das Feuer, der Rauch und die Schreie erschreckten die Nachbarn, die sofort einen Krankenwagen riefen. Wenige Minuten später trafen Feuerwehrleute und mehrere Polizeibeamte am Tatort ein. Sie entdeckten sofort Pavehen, die sich aus dem Dachgeschossfenster lehnte und sich schreiend mit den Fäusten auf die Brust schlug. Sie gestand lautstark, dass sie ihre Tochter getötet hatte und dies getan hatte, um ihrer Familie die Schande zu ersparen. Die Männer, die Feuerwehr und Polizei kamen zu Hilfe, betraten das Haus und stiegen auf den Dachboden, wo sie den leblosen Körper von Zenath fanden. Pavehen verheimlichte nicht, was sie getan hatte. Sie schrie weiter, erfüllt von Stolz auf das, was sie getan hatte. Immer wieder wiederholte sie, dass sie damit die Ehre der Familie gerettet habe. Zenaths Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in das örtliche Leichenschauhaus gebracht, während ihre Mutter und ihr Bruder zur Befragung auf die Polizeiwache gebracht wurden. Am Tatort wurden mehrere Paraffinkanister gefunden. Während die Polizei die Räumlichkeiten durchsuchte, entkam Anis. Sobald Hassan und seine Familie von dem Vorfall erfuhren, eilten sie zum Haus von Zenath, aber da war ihre Leiche bereits weggebracht worden. Hassan erzählte später, wie ihre Mutter und ihr Bruder auch nach der Verbrennung von Zenath ihre Leiche gnadenlos weiterschändeten. An diesem Tag ging Hassans Familie zum Leichenschauhaus, wo sie die Leiche des Opfers identifizierte. In der Zwischenzeit verbrachten die Nachbarn den Rest des Tages damit, den grausamen Vorfall auf der Straße zu kommentieren. Unter den Anwesenden waren auch mehrere Verwandte der Verstorbenen. Naseem Bibi, eine der jüngeren Schwestern von Parveen und Tante der getöteten Zenath, sagte, ihre Schwester habe ihr vor Jahren versprochen, dass Zenath keinen Pashtunen heiraten würde. Unterdessen beschuldigte eine der Schwestern der getöteten Frau namens Schotze Zenath, ihre Mutter mit ihrer Entscheidung beleidigt zu haben. Sie gestand auch, dass sie ihrer Mutter geraten hatte, alle Beziehungen zu Zenath abzubrechen, um sie zu bestrafen, ohne sie zu töten. Der jungen Frau zufolge hatte Parveens Beziehung zu all ihren Töchtern in den letzten Jahren sehr zu wünschen übrig gelassen. Und da sie ihre Tochter als Witwe allein aufzog, war sie oft frustriert über Zenaths Ungehorsam, da kein Mann in der Nähe war, der sie erziehen konnte. Schotze gab ihrer Schwester die Schuld an dem Vorfall, wobei anzumerken ist, dass sie selbst die Möglichkeit hatte, den Mann ihrer Wahl zu heiraten, so dass ihre Kommentare zu den Entscheidungen ihrer Schwester Ausdruck von Heuchelei waren. Zwei Tage nach den traurigen Ereignissen ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung, dass sich in den Atemwegen des Opfers Spuren von Rauch befanden. Dies deutet darauf hin, dass das sie noch lebte, als es die tödlichen Verbrennungen erlitt. An ihrem Körper wurden auch Spuren von Gewalt und Strangulation gefunden. Die Verwandten von Zenath forderten den Leichnam der jungen Frau nicht zur Beerdigung an, so dass Hassans Familie die Beerdigungsvorbereitungen übernahm. Ihre Überreste wurden auf dem Friedhof von Koro-Kabristan in Zadar, Tampuria, beigesetzt. Diese Tragödie war ein schwerer Schlag für Hassan. Nachdem er sich von Zenath und der Totenwache verabschiedet hatte, litt er unter Panikattacken. Der junge Mann hatte immer wieder Albträume und litt zunehmend unter Schlaflosigkeit. Nach Angaben seiner Eltern begann er in eine tiefe Depression zu fallen. Es schien, als sei Hassan vom Leben desillusioniert worden. Nach einigen Tagen der Trauer wurde ihm jedoch klar, dass er der Einzige war, der nach Gerechtigkeit schreien und die Mörder seiner Geliebten zu einer möglichst langen Haftstrafe verurteilen konnte. Die pakistanischen Gesetze sind so beschaffen, dass die meisten Ehrenverbrechen gegen Frauen in den abgelegenen Gemeinden des Landes ungestraft bleiben und die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit einer Gefängnisstrafe entgehen können. Man geht davon aus, dass es sich um Zwietracht innerhalb einer bestimmten Familie handelt, deren Mitglieder ein gewisses Recht haben, ein Verbrechen zu begehen, wenn ihre Ehre auf dem Spiel steht. Hassan sollte versuchen, Druck auf die Behörden auszuüben, um sicherzustellen, dass seine Schwiegermutter und sein Schwager nicht ungestraft davonkommen. Der öffentlichkeitswirksame Fall erregte die Aufmerksamkeit des Premierministers Shabas Sharif. Daraufhin änderte sein Bruder, der ehemalige pakistanische Premierminister Nawaz Sharif, das islamische Recht, das bis dahin erlaubt hatte, dass Ehrenmörder von Verwandten auf freiem Fuß blieben. Vor der Gesetzesänderung mussten die Familienangehörigen des Opfers dem Mörder verzeihen, was die Staatsanwaltschaft vor einer Anklage bewahrte. Allerdings spielte auch der Druck der Behörden auf Polizei und Staatsanwaltschaft eine Rolle. Die Richter durften nun die Mörder von Zenat bestrafen. Aus den Polizeiakten ging hervor, dass es sich bei Zenats Fall um einen kaltblütigen Mord handelte und die Täter nach dem Antiterrorismusgesetz zu bestrafen waren. Kurz nach der Tragödie wurde Zenatsbruder Anis gefunden und verhaftet. Am 16. Januar 2017 verkündete der Richter das Urteil, Pavin Bibi wurde wegen der Ermordung ihrer Tochter zum Tode verurteilt. Anis erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Mord an seiner Schwester. Das Urteil war ein Präzedenzfall in einem Land, in dem jedes Jahr mehr als tausend Frauen von ihren Verwandten im Namen der vermeintlichen Familienehre ermordet werden. Der grausame Mord an Zenat, einer jungen Frau, die von ihrer eigenen Mutter bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, weil sie eine Vernunftehe abgelehnt hatte, wurde weithin bekannt. Seitdem sind Ehrenmorde für die Öffentlichkeit nicht mehr unsichtbar und werden heute immer häufiger thematisiert. Hoffen wir, dass die Täter in Zukunft nicht vor dem Gesetz davon kommen. Der Fall Zenat ist schockierend. Wie kann eine Mutter ihre Tochter schlagen, erwürgen und verbrennen, nur weil sie selbst entscheiden wollte, wen sie heiraten will. Andere Mitglieder der Familie waren jedoch nicht gleichgültig. So war die älteste Schwester der Meinung, dass Zenat selbst an ihrem Tod schuld sei, da sie sich nicht gegen ihre Mutter hätte stellen dürfen, obwohl sie selbst glücklich den Mann heiratete, den sie bevorzugte, und ein glückliches Leben führte. Wie dem auch sei, die Mutter und der Bruder des Opfers wurden bestraft. Die eine wurde wegen brutalen Mordes zum Tode und der andere zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Gerechtigkeit wurde also doch noch Genüge getan. Stefania und Elisaveta wurden in St. Petersburg geboren. Die Schwestern konnten sich nicht einer glücklichen Kindheit rühmen. Sie wurden in eine Familie hineingeboren, in der es bereits viele Kinder gab. Die Mutter hatte nicht genug Geld, um sie aufzuziehen, und so wurden die Kinder weiterhin in verschiedenen Waisenhäusern untergebracht. Elisaveta und Stefania waren mit einem Unterschied von nur zwei Jahren die jüngsten, und man beschloss, sie nicht zu trennen, sondern sie in derselben Einrichtung unterzubringen. Allerdings wollte niemand diese Mädchen aufnehmen, da sie zusammen untergebracht werden mussten, aber alle Paare waren nur an einer der Schwestern interessiert, sodass die Adoption abgelehnt wurde. So wuchsen die Mädchen im Waisenhaus auf. Als sie Teenager wurden, versuchten sie mehrmals zu fliehen. Die längste Flucht gelang ihnen, als Elisabeth siebzehn und Stefania fünfzehn war. Dann verbrachten sie drei ganze Monate außerhalb des Waisenhauses, und niemand konnte herausfinden, wo und mit wem sie diese Zeit verbrachten. Seltsamerweise kehrten sie nach drei Monaten aus eigenem Antrieb ins Waisenhaus zurück. Ein Jahr nach der Flucht, als Stefania sechzehn und Elisaveta achtzehn war, wurden sie zu ihrer Mutter geschickt. Die Entscheidung fiel leicht. Das ältere Mädchen war bereits erwachsen, die Hoffnung auf eine Adoption war erloschen, und die Schwestern selbst waren labil und bereiteten dem Personal des Waisenhauses viele Probleme. Die Schwestern kehrten so in das Haus ihrer Mutter zurück. Da sie sich in einer neuen Umgebung wiederfanden, beschlossen die beiden, ihr Glück im Model-Business zu versuchen. Stefania hatte alles, was sie dafür brauchte. Sie sah etwas älter aus, als ihr Alter preisgab, wirkte nicht wie eine 17-Jährige und hatte obendrein ein attraktives Äußeres, sodass sie verschiedene Angebote erhielt, in der Model-Branche zu arbeiten. Mehrere Fotografen wollten auch Fotoshootings mit ihr machen, und Stefania begann, Portfolios auszufüllen, um sich bei verschiedenen Marken zu bewerben. In der Zwischenzeit lief es für Elisabeth nicht mehr so gut. Sie hörte ständig, dass sie nicht in das Bild passte, das sie normalerweise für verschiedene Firmen und Fotoshootings abgab. Dies war der Ausgangspunkt für die Abkühlung der Beziehungen zwischen den Schwestern, die sich früher sehr nahe standen. Elisabeth zog es vor, sich von Stefania zu distanzieren und ein ruhigeres Leben zu führen, während ihre jüngere Schwester versuchte, einen anständigen Platz in der Model-Branche zu finden. Sie sprachen immer seltener miteinander. Außerdem war es offensichtlich, dass Elisabeth wütend und eifersüchtig auf ihre Schwester war. Als Stefania eine Beziehung mit einem 42-jährigen Mann namens Alexej Fadev begann, nahm Elisabeth den Kontakt zu ihr wieder auf. Doch zu diesem Zeitpunkt war es für Freunde und Familienmitglieder kein Geheimnis mehr, dass sie sehr wütend auf ihre Schwester war. Und irgendwann kam der ganze enge Kreis zu dem Schluss, dass diese Annäherung nicht umsonst war. Es war klar, dass Elisabeth ihrer Schwester nur die Hand reichte, um ihren Stil zu kopieren, und die Bestätigung dafür waren ihre neuesten Fotos. Elisabeth versuchte Stefanias Haare zu kopieren, bemerkte, wie sie sich schminkte, wie sie sich kleidete und beobachtete, was sie tat. Natürlich wurde ihr klar, dass sie eifersüchtig auf ihre jüngere Schwester war, denn mit der Ankunft ihres Verehrers, der sie mit Geschenken überhäufte, begann Stefania in Luxus zu baden und ihre finanzielle Situation zu verbessern. Auch Elisabeth wollte das Gleiche, wusste aber nicht, wie sie es erreichen sollte. Dann begann Elisabeth mehr Zeit mit dem liebenden Paar zu verbringen, die drei gaben Partys, reisten, und es schien, dass die Beziehung zwischen den Schwestern immer besser wurde. Am 24. Februar 2016 saßen Alexei, Elisabeth und Stefania in Alexeys Haus und tranken. Dieser Zeitvertreib war für sie nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, sie organisierten oft eine Art privater Partys nur für sie drei, bei denen sie viel Alkohol tranken und offenbar auch illegale Substanzen zu sich nahmen. Dieser Tag war keine Ausnahme. Nach Alexeys Angaben ging er in den Laden, um Getränke zu besorgen, da alles, was zuvor gekauft worden war, bereits getrunken worden war. Er brauchte etwa 20 Minuten für den Weg zum Laden und zurück. Als er die Wohnung betrat, fand er seine Freundin Stefania nackt in einer Blutlache auf dem Boden liegend vor. Ihr Körper war mit Wunden übersät. Ihre Schwester Elisabeth saß daneben, ebenfalls blutverschmiert und hielt ein blutiges Messer in der Hand. Nach Angaben von Alexei rief er im selben Moment die Polizei und als Elisabeth versuchte wegzulaufen, er hielt sie aber mit aller Kraft fest. Die Polizei traf ein, verhaftete die 19-Jährige und nahm die Leiche der 17-Jährigen Stefania mit, die noch vor der Ankunft im Krankenhaus starb. Das Opfer hatte zu viele Stichwunden und blutete, sodass der Rettungsdienst ihr nicht mehr helfen konnte. Auf dem Polizeirevier angekommen, wurde Elisaveta befragt. Dabei wurde festgestellt, dass die junge Frau schweigsam war und verloren wirkte. Nach einer toxikologischen Analyse wurde festgestellt, dass ihr Blutalkoholspiegel sehr hoch war und außerdem wurde der Konsum verschiedener psychoaktiver Substanzen nachgewiesen. Alexei wurde ebenfalls vernommen, aber wieder freigelassen. Das Messer, das vermutlich der Schwester der Mörderin gehörte, wurde zur Begutachtung eingeschickt. Es wies Blut- und Fingerabdrücke von Elisaveta auf. Die Familie der Mädchen erklärte ihrerseits, sie glaube, dass Alexei und nicht ihre Schwester Elisaveta für den Tod von Stefania verantwortlich sei. Die Polizei konnte jedoch keine Beweise finden, die den Liebhaber des Opfers des Verbrechens beschuldigen könnten. Elisaveta wurde zur Untersuchung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, um zu prüfen, ob sie für zurechnungsfähig erklärt und vor Gericht angeklagt werden kann. Das Personal des psychiatrischen Krankenhauses befand sie für geistig gesund und verhängte daraufhin eine kleine Strafe, die darin bestand, dass sie in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurde, bis ein Gerichtsverfahren gegen sie eingeleitet werden konnte. Ärzte und Ermittler hofften, dass sich ihr Zustand in den kommenden Monaten positiv verändern würde, da sie davon ausging, dass sie sich nach dem Mord in einem Schockzustand befand. Sie glaubten, dass sie nach einer angemessenen Behandlung in der Lage sein würde, ihre Version der Ereignisse klar darzustellen. Während Elisaveta in ärztlicher Behandlung war, nahmen ihre Mutter und Tante an verschiedenen russischen Fernsehsendungen teil, in denen sie Alexei erneut beschuldigten. Sie waren der Meinung, dass er den schweren Rausch der Schwestern ausgenutzt hatte. Und um ihren Verdacht zu untermauern, führten sie an, dass eine junge Frau in so kurzer Zeit nicht so viele Stichwunden zugefügt haben könnte. Außerdem fiel ihnen auf, dass die Leiche von Stefania nackt aufgefunden worden war. Es war in der Tat schwierig, dafür eine Erklärung zu finden. Unter anderem fügten sie hinzu, dass sie die Beziehung zwischen Stefania und Alexei nie gebilligt hätten, weil das Mädchen erst 17 Jahre alt und noch minderjährig war, als sie eine Beziehung mit ihm einging. Weder ihre Mutter noch ihre Tante waren mit der Beziehung einverstanden. Als Alexei zu einer der Fernsehsendungen eingeladen wurde, griff ihn die Mutter des Mädchens plötzlich mit Fäusten an. Als Alexei befragt wurde, erklärte die Polizei, dass sie keine Anzeichen für seine Beteiligung an dem Verbrechen sah. Dennoch schien vieles merkwürdig. Stefanias Ohr war abgeschnitten und ihre Augen waren herausgerissen worden, was nicht zu Elisabetas zierlicher Statur passte. Sie war kleiner als ihre Schwester und wog viel weniger als Stefania. Hinzu kam jedoch, dass Elisabetta unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen stand, die ihr vorübergehend mehr Kraft als im Normalzustand verleihen konnten. Daraufhin wurde Alexei schließlich von den Ermittlungen ausgeschlossen. Die Zeit verging und erst 2019 wurde Elisabetta nach einer Reihe von psychologischen Tests als zurechnungsfähig eingestuft. Ihr Gedächtnis erholte sich allmählich und sie begann sich an die Geschehnisse jenes Tages zu erinnern. Eines Tages beschloss Elisabetta, ihre Version der Geschehnisse öffentlich zu machen. Wie ihre Mutter und ihre Tante gab sie Alexei die Schuld an dem Mord und behauptete, dieser Mann habe sich wie ein Monster verhalten und Stefania das Leben genommen. Es gab kaum Beweise, die diese Aussage stützten. Elisabetta wiederholte lediglich, was ihre Verwandten bereits gesagt hatten und erwähnte ihre eigene Körpergröße und die ihrer Schwester, den ihrer Meinung nach offensichtlichen Kraftunterschied und die Zeitspanne, die für die junge Frau, die sie war, zu kurz war. Dennoch befand das Gericht Elisabetta für schuldig und verurteilte sie zu einer Haftstrafe von nur 13 Jahren für die Ermordung ihrer Schwester durch 189 Messerstiche. Derzeit ist wenig über Elisabetas Leben bekannt. Es wurde berichtet, dass sie ins Gefängnis kam, aber niemand kann mit Sicherheit sagen, um welche Justizvollzugsanstalt es sich handelt, da die Verwandten der Verurteilten darum baten, diese Information geheim zu halten. Die Familie hat sich lange Zeit nicht in den Medien geäußert. In ihren jüngsten Interviews wiederholten ihre Angehörigen immer wieder, dass sie Elisabetta für unschuldig halten und dass der wahre Mörder von Stefania Alexei war. Es wurde viel über das Privatleben der Mädchen berichtet. Es gab sogar Gerüchte, dass sie in pornografischen Videos mitspielten und als Prostituierte arbeiteten. Verwandte, Freunde und Kollegen haben diese Gerüchte dementiert und erklärt, dass niemand die Schwestern je in solchen Videos gesehen oder sexuelle Dienstleistungen gegen Geld angeboten hat. Die russische Polizei gab zu, dass Stefania durch die Hand ihrer Schwester starb. Viele hielten das Urteil für zu milde, aber die Familie, die sowohl die Familie des Opfers als auch die Familie des Mörders war, versuchte nicht Elisabetas Unschuld in dem Prozess zu beweisen und das Urteil anzufechten. Viele Menschen, darunter auch Freunde, waren geneigt zu glauben, dass Elisaveta tatsächlich aus Eifersucht auf ihre jüngere Schwester einen Mord begangen hat. Damals wurde in den Medien viel über den Fall berichtet, was das Interesse der Menschen an der Tatsache weckte, dass es um Schwestern ging und sie der Öffentlichkeit etwas zu sagen hatten. Stefania und Elisaveta hatten eine schwierige Kindheit, die ein schlimmes Ende nahm. Die eine wurde ermordet, die andere inhaftiert. Ein solcher Vorfall gibt uns die Gelegenheit zu sehen, wie weit ein Mensch gehen kann, wenn er seinen Nächsten beneidet und danach strebt, in allem so zu sein wie sie. Elisaveta war in der Tat sehr wütend auf ihre Schwester, was sie zu dem Entschluss brachte, ihr in dieser Nacht das Leben zu nehmen, wobei sie es unter dem Einfluss von Alkohol und psychoaktiven Substanzen wagte. Eddie Hall wurde am 15. Januar 1976 in den Vereinigten Staaten geboren. Zwar sind keine genauen Einzelheiten über ihre Familie bekannt, doch kann man mit Sicherheit sagen, dass die junge Frau in einem missbräuchlichen Haushalt aufwuchs und viele Jahre lang in Beziehungen dieser Art verwickelt war. Nach diesem turbulenten Leben im Nordosten der Vereinigten Staaten und müde von erfolglosen Beziehungen mit jähzornigen und missbrauchenden Männern zog Eddie nach New Orleans, genauer gesagt ins French Quarter. Die Bedingungen an diesem Ort waren ideal, um ihre Berufung als unabhängige Künstlerin und Tänzerin zu verwirklichen und den Lebensstil ihrer Träume zu leben. Eddie bekam bald einen Job als Kellnerin im Jazzclub. Dank ihres besonderen Charms und Talents gewann sie sofort die Gunst der Stammgäste. Doch das Leben einer Künstlerin ist nie einfach. Bei dem Versuch ihren künstlerischen Ausdruck mit ihrer Umgebung und ihrem Lebensrhythmus in Einklang zu bringen, begann sie Alkohol in großen Mengen zu konsumieren. Viele ihrer Freunde glaubten, dass sie mit einer nicht diagnostizierten bipolaren Störung kämpfte und bemerkten sogar, dass sie ihnen gegenüber manchmal aggressiv und gewalttätig wurde. Lernen wir nun die andere Hauptfigur in dieser Geschichte kennen. Zach Bowen wurde am 15. Mai 1978 geboren und war ein charismatischer, charmanter und gut aussehender junger Mann, der bei allen, die er traf, einen bleibenden Eindruck hinterließ. Er wuchs in Kalifornien auf und zeichnete sich durch eine entspannte Lebenseinstellung aus, wie sie für diejenigen typisch ist, die an den Stränden des Pazifischen Ozeans aufgewachsen sind. Zach heiratete eine zehn Jahre ältere Frau namens Lana und sie bekamen zwei Kinder. Um sie finanziell abzusichern, ging er zum Militär, weil er die Vorteile sah, die ihm das bringen könnte. Er diente auf Vertragsbasis beim Militär im Irak und im Kosovo, darunter auch eine Zeit lang in Abu Greib. Während seines Dienstes wurde er mit dem plötzlichen Tod eines Kameraden konfrontiert, was ihn emotional sehr mitnahm. Und während er sich noch von diesem Vorfall erholte, starb ein weiterer Freund von ihm, der getötet wurde, während er mit anderen amerikanischen Soldaten gesprochen hatte. Diese beiden Ereignisse traumatisierten ihn zutiefst, darüber hinaus entwickelte er aufgrund von Problemen mit seinen Armeestiefeln einen schweren, schmerzhaften Hammer C, was zu seiner gedrückten Stimmung und, gelinde gesagt, zu seiner Unzufriedenheit mit der Armee beitrug. In der Zwischenzeit war bei Lana Hepatitis C diagnostiziert worden und es ging ihr sehr schlecht, sodass Zack begann, seine medizinischen Tests absichtlich nicht zu bestehen, um zu seiner Frau und seinen Kindern zurückzukehren. Seine Fortschritte beim Militär waren positiv. Er erhielt eine NATO-Medaille und eine Auszeichnung des Präsidenten für seinen Dienst. Außerdem empfahl ihm sein Kommandeur eine Anerkennungen zählten nicht viel, da er nur mit einer allgemeinen Entlassung vom Dienst entfernt wurde. Infolgedessen erhielt Zack nur einen Teil seiner Leistungen als Kriegsveteran, sehr zu seinem Leidwesen. Inmitten dieser Flut von Enttäuschungen kehrte er nach New Orleans zurück, aber von da an war für ihn nichts mehr wie zuvor, und sein Verstand verließ ihn langsam. Als er zu einem normalen Leben zurückkehrte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, fand er einen Teilzeitjob im French Quarter, aber die Dinge liefen nicht so, wie er es wollte. Trotz ihrer schweren Krankheit beschloss Lana, ihn zu verlassen und die Kinder mitzunehmen. Am Boden zerstört und einsam konnte Zack sein Pech nicht fassen. Schließlich gelang es ihm jedoch einen Job in einem Jazz Club zu finden, wo er Eddie kennen lernte. Am 29. August 2005 traf der Hurricane Katrina die Küstenregionen der US-Bundesstaaten Alabama, Louisiana und Mississippi. Einer der am stärksten betroffenen Orte war die Stadt New Orleans in Louisiana. Als Hurricane Katrina an dieser Stadt vorbeizog, wurde er als Hurricane der Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern eingestuft. Insgesamt tötete der Wirbelsturm etwa 2000 Menschen und beschädigte oder zerstörte 275.000 Häuser. Während dieser Tragödie verliebten sich Eddie und Zack ineinander, als sie ihm erlaubte in ihrer Wohnung zu bleiben, um mit ihr den Sturm zu überstehen. Glücklicherweise blieb trotz des Ausmaßes der Katastrophe ein Großteil des historischen French Quarter unversehrt, abgesehen von umgestürzten Bäumen, kaputten Schildern und verstreuten Trümmern. Zack und Eddie versammelten die wenigen Leute, die den Sturm überstanden hatten und aßen gemeinsam am Lagerfeuer. In der Zwischenzeit stießen sie mit alkoholischen Getränken an und blieben bis spät in die Nacht auf, um Lieder zu singen und die Sterne zu betrachten, die sie sonst wegen der Straßenlaternen oder des grellen Lichts der Stadt nicht sehen konnten. Sie waren so vertieft in die Romantik dieser Szene, dass sie wie geschaffen war für Bohemiens wie sie, die gar nicht mitbekam, was nur ein paar Straßen weiter in den umliegenden Vierteln geschah, wo die Tragödie ein großes Ausmaß annahm. Beide schienen in ihrem Element zu sein. In den Wochen nach dem Sturm, als sie keinen Strom hatten, Getränke gegen Essen tauschten, keine Arbeit hatten und sich um Rechnungen sorgen mussten, fühlte es sich eher wie eine lange Wanderung an als eine Katastrophe. Eddie wurde berüchtigt dafür, dass sie der Polizei ihre nackten Brüste zeigte. Die beiden mit ihrer Erfahrung als Kellner bedienten die Passanten mit Getränken. Die farbenfrohe Geschichte der Liebe und des Überlebens dieser schönen jungen Menschen inmitten der Verwüstung erregte die Aufmerksamkeit vieler. Drei amerikanische Zeitungen, darunter die New York Times, machten sie zu einem Beispiel für die Hoffnung der Überlebenden des Hurricanes. Einige Wochen später, als die Lichter gelöscht wurden, begann die Stadt mit dem langen Prozess des Wiederaufbaus. Ihre Flitterwochen endeten, als Militärfahrzeuge in die Stadt rollten, und die Verwüstung, die Katrina hinterlassen hatte, schließlich vor Sachs Augen erschien. Seine bipolare Störung war zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange, und es schien, als gäbe es kein Zurück Leben verschwand, suchten beide mit Hilfe von illegalen Substanzen und Alkohol ihr Glück woanders, und von diesem Zeitpunkt an ging es mit ihnen bergab. Freunde der beiden bemerkten, dass die Rückkehr ins wirkliche Leben zwei Menschen, die ohnehin schon Probleme hatten, stark unter Druck setzte. Irgendwann begannen beide regelmäßig illegale Substanzen zu konsumieren, und ihre Beziehung verschlechterte sich so sehr, dass sie sich ständig stritten. Zack beschwerte sich oft bei seinen Freunden über Eddie und alles, was ihn ärgerte. Im Laufe der Tage, Wochen und Monate forderte die schwere Sucht ihren Tribut, die Symptome der psychischen Fehlanpassung verschlimmerten sich und blieben unbehandelt. Zack wurde schließlich von seinen eigenen Dämonen besiegt, und somit eskalierte der Konflikt in Ausbrüchen von körperlicher Gewalt zwischen ihnen. Doch da sie jede Logik als einzige Möglichkeit ihre Leidenschaft wieder zu entfachen ablehnten, kamen sie auf die Idee, gemeinsam eine neue Wohnung zu mieten und ganz neu anzufangen. Als sie die Rampart Street entlang gingen, entdeckten sie ein Schild auf dem Stand, dass die Wohnung zu vermieten sei. Es war die Wohnung Nummer 826 über dem berühmten Voodoo Spiritual Temple, einer angesehenen kulturellen ein Angebot und zogen ein. Doch kaum hatten sie ein paar Kisten ausgepackt, entdeckte Eddie, Zack sie betrug und beschloss, dass dies der letzte Strohhalm war. So kam es, dass Eddie am 4. Oktober ihren Vermieter Leo erneut aufsuchte. Diesmal erzählte sie die Wahrheit über ihre turbulente Beziehung, einschließlich der neuesten Enthüllungen über Sacks Untreue. Am Boden zerstört, nun hoffnungslos, bat die junge Frau Leo, den Mietvertrag des Mannes zu kündigen. Sie wollte ihn zur Strafe rausschmeißen, aber Leo war damit nicht einverstanden und schloss stattdessen einen neuen Vertrag in ihrem Namen ab. In den folgenden Stunden begegnete Leo jedoch Zack, als er über aktuelle Themen sprach. Er konnte nicht umhin ihm zu sagen, dass Eddie sehr es als Verrat. Er wurde wütend und dachte seitdem nicht mehr auf dieselbe Weise. Sein Unmut war sogar für Leo offensichtlich. Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2006, er drosselte Zack gegen eine Uhr nachts Eddie zu Tode. Dann schlief er im Vollrausch neben ihrer Leiche ein. Er beging Neuphilie. Am nächsten Tag stand er auf und ging zur Arbeit. Seine Kollegen bemerkten, dass er sich seltsam verhielt. Er trug eine Sonnenbrille und einen Hut und war stiller als sonst. In den nächsten Tagen erstückelte Zack Eddies Leiche im Badezimmer mit einer Bügelsäge und einem Messer. Einige Teile der Leiche legte er zum Garen in den Ofen auf dem Herd und bewahrte andere Teile im Kühlschrank auf. Zack schnitt ihr viele ihrer Körperteile legte er in eine Bratpfanne im Ofen und schließlich bewahrte er ihren Torso in einem schwarzen Müllsack im Kühlschrank auf, um ihn natürlich zu verwenden. Er wollte die Knochen vom Fleisch trennen, um ihre Leiche leichter entsorgen zu können. Schließlich reinigte Zack das Badezimmer gründlich. Im Laufe der Tage wurden die Geschichten, die Zack sich ausgedacht hatte, um Eddies Abwesenheit vor seinen Freunden und Kollegen zu rechtfertigen, immer weniger überzeugend. Da beschloss er zu sagen, dass sie ihn verlassen hatte und zurück nach North Carolina gezogen war. Einige waren überrascht, denn sie wussten, wie sehr Eddie New Orleans liebte und konnten sich nicht vorstellen, dass sie es verlassen wollte. Andere wiederum waren nicht überrascht, weil Eddie so unberechenbar ist und offensichtlich dazu neigt, vor Situationen wegzulaufen, über die sie keine Kontrolle hat. Aber absolut niemand ahnte, dass Zach wusste, wo sie war oder was er ihr angetan hatte. Am Dienstag Abend, dem 17. Oktober 2006, fast zwei Wochen nach der Ermordung seiner Freundin, ging Zach zum Hotel und kletterte auf die Dachterrasse im siebten Stock. Die Überwachungskameras zeichneten auf, wie er mehrmals auf die Terrasse ging und mit einem Getränk in der Hand ins Leere starrte. Schließlich nahm er einen Schluck des Getränks wie ein Mann, der verzweifelt Mut schöpft, und ging dann in den siebten Stock hinunter. Er ließ den handgeschriebenen Brief und seine Hundemarke in einer Plastiktüte in seiner Gesäßtasche und die Schlüssel zu Eddies Wohnungstür in seiner Vordertasche. Der fragliche Brief war an die Polizei adressiert. Gegen 20 Uhr 30 ging bei der Polizei von New Orleans ein Notruf aus dem besagten Hotel ein. Auf dem Dach des Parkplatzes lag die Leiche eines Mannes. Die Beamten trafen sofort am Ort des Geschehens ein und als die stark verstümmelte Leiche vor ihnen lag, war für sie klar, dass der Mann durch einen Sturz ums Leben gekommen war. Da die Ermittler nicht wussten, ob es sich um Mord oder einen tragischen Unfall handelte, begannen sie, die Leiche nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Ein Brief, den sie fanden, führte die Ermittler sofort zu Leos Wohnung. Der verstörte Vermieter wurde über die beunruhigende Nachricht informiert und anschließend befragt. Er führte sie zu der Wohnung, in der Zack und Eddie wenige Stunden zuvor gewohnt hatten und die Polizei fand schnell heraus, dass der Inhalt von Zacks Brief der Wahrheit entsprach. Trotz des warmen Oktober Wetters war das Erste, was ihnen auffiel, die Temperatur und das Fehlen von Gerüchen. Die Klimaanlage lief auf Hochtouren, es war so kalt wie in einer Gefriertruhe. Es gab keinen Leichengeruch und die liebte, dass er ein totaler Verlierer war und schließlich ein Pfeil, der auf eine Nachricht zeigte, die sie einlud, in den Herd zu schauen. Diese Art von Erfahrung wird den Polizeibeamten, die sich am Tatort befinden, sicherlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Wie ich weiter oben berichtet habe, folgten die Beamten Zacks Hinweis und entdeckten Eddies Überreste im Ofen. Der Kühlschrank war komplett mit ihren Leichenteilen bestückt und ihr Kopf lag in einem Topf auf dem Herd. Die doppelte Tragödie wurde zu einem Skandal und es dauerte nicht lange, bis der Schock bei allen Beteiligten einsetzte. Viele Einheimische gingen damals von Kannibalismus aus, aber spätere Autopsieberichte bestätigten, dass es dafür keine Anzeichen gab. Mit der Zeit wuchs bei seinen Gewaltausbrüchen zu tun hatte, die schließlich zum Scheitern ihrer Beziehung führten. Aber in Wirklichkeit war das alles reiner Zufall. In New Orleans gilt Voodoo allgemein als eine hoch angesehene heilende und sanfte spirituelle Praxis, so dass für viele andere schlechte Einflüsse oder dunkle Taten von außen nichts damit zu tun hatten. Doch diese traurige und unheimliche Geschichte ist damit noch Stadt, die sich notorisch zurückhält, wenn es darum geht, ihre Geschichte von schrecklichen Verbrechen zu verbergen. Und der Fall Zack war fast das beste Beispiel für die Probleme, die dem Genre des wahren Verbrechens innewohnen, denn weniger als zehn Jahre nach dem Mord mietete eine Frau namens Milana ein Gebäude in der Rampart Street und eröffnete einen Laden namens Bloody Mary Haunted in dem Addys Überreste gefunden wurden. Berichten zufolge war die Wohnung so dekoriert, dass sie wie ein Low-Budget Horrorfilm aussah, mit künstlichen Blutspritzern und einer Reihe von Chucky-Puppen, die das Brautpaar darstellten. Ein empörter Freund des Paares bezeichnete die Tat nicht zu Unrecht als abscheulich und grausam, doch Milana wehrte sich gegen die harsche Kritik und verteidigte ihre Einrichtung. In ihren so zu tun, als ob Zack und Eddie nicht dagewesen wären, machte einfach keinen Sinn. Kurzum, sie führte die ganze Aufregung auf Eifersucht und Neid zurück und rechtfertigte sie damit, dass andere nicht früher auf ihre geniale Idee gekommen seien. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.